Alla gut. Dann, jo, ich hab natürlich von ganzem Pfanne erfangen gedürft. Sag mal, kann ich so eigentlich speichern? Das machen wir einfach. Äh, okay. Ich stür... Äh, besser. Keine Ahnung. Leerer Slot. Prolog, okay. Ich weiß nicht, ob das automatisch speichert, oder... Oh, da ist sie wieder. Ja, äh. Komm, gib mir die Flasche her. Danke. Ja, gut, äh. Also, äh, du kriegst jetzt keine Leckerli. Weil, ich hab doch gerade eine Weile... Ja, jetzt sind wir halt wirklich weiter. Ich hab doch was gesehen. Ist irgendwie... Ist doch was? Was ist das? Im Waldverlauf und sammle ein Foto des ersten Opfers. Ich glaub, ich muss mal irgendwie das Sound von deiner Achievement... Jetzt schnüffelt er mal schon wieder am Arsch rum. Alter, du hast ja... Ey, Mon, die Hose gekackt. Hängt der da, der man hier nicht dran schnüffelt. Es ist Wahnsinn, der Hund. Ich merk schon, wir werden jetzt schon Freunde. Oh, ah ne, das haben wir schon mal gesehen, gell? So, und ich geh mir noch ein bisschen so gucken. Wieso haben die eigentlich alle kein Nummer-Schild? Also, ich mein... Ist ja schön und gut. Natürlich brauchen sie kein Nummer-Schild, also so spielmäßig so. Aber, ach komm, Nummer-Schild hätten sie sich ruhig dran machen können. Wenn ich so irgendwie 555-Schuhe oder sowas draschreibe, war ja ganz ohne Nummer-Schild. Das ist auch irgendwie scheiße. So. Dann gucken wir mal. Ja, wie man schon gemerkt hat, das Spiel ist ein wenig... Oh, da leid, was? Wir haben eine erste Notiz des Psychiaters. Okay. Dreh dich. Dreh dich, Edgar. Dreh dich. Ist doch kein Notiz. Na, egal. Das Spiel ist ein bisschen wackelig, ein bisschen arig. Ich meine, das ist 2019 rausgekommen, war, glaube ich, damals Xbox One oder so exklusiv, irgendwie so zeitlang. Interessiert hat es mich schon, weil, ey, hallo, Blair Witch. Blair Witch voll geil. Aber ich habe halt keine Xbox One gehabt und habe auch immer noch keine. Ich habe Playstation 4 gehabt, Playstation 5 auch nicht, weil, brauche ich nicht, ich habe ein Switch, 10 mal geiler. Und ich wusste gar nicht, dass es dann irgendwie nicht mehr exklusiv ist. Ich habe es halt einfach nicht mehr weiter verfolgt. Jetzt habe ich gesehen, ey, dass ich sogar von die Switch rauskomme. Und, ja, Internet-Sat wäre nicht so geil. Es gibt nochmal ein Achievement, das habe ich vorhin geholt. Keine Ahnung, sagen wir es. So, ich glaube, wenn wir da jetzt hingehen, dann geht es immer so ein bisschen los. Halt, echt mal gucken, was ist denn das da? No Bikes. Alter, geht es noch? Was ist mit den verkackten Amis los? Warum darfst du dann in einem fucking Wald, arschreiner Wald, darfst du kein Fahrrad fahren? Ja, aber mit dem Auto darfst du teuschen. Wahrscheinlich ist das genau das der Grund. Weil du durch die Autofahrer stehren, oder was? Ey, der Wald sieht halt wirklich geil aus. Ich meine, es ist halt ein ziemlich dichter Wald. Also, ein guter deutscher Wald ist das nett. Dort davor ist er zu unordentlich. Muss man halt sagen. Ich meine, ich muss es wissen, ich wohne in der Palze. Da, ich habe schon ein paar Wälder gesehen. So, jetzt hups, halt rüberkoll ich. Ja. Ich meine, grüne Jacke, Jeans, ich meine, der Bart ja sieht schon ein bisschen noch Harry Mason aus. Äh, ne, warte. Also, Moment. Im ersten Silent Hilldale war es Harry Mason, oder? Der zweite war James Sunderland, glaube ich. Ja. So sieht er eher aus. Harry hat, glaube ich, keine grüne Jacke an gehabt. So. Äh, ja, wir spielen Blair Witch. Ohne Project, ohne keine Ahnung was. Ähm, ja. Dann gucken wir mal, dann hoffe ich mal, dass es nicht zu oft abstätzt. Okay, sobald ich jetzt das kann, ich glaube, da hups ich noch nun, so weit habe ich noch gespielt. Nun haups so, und dann habe ich, ich war halt Soundtest und Scheißdreck. Und dann habe ich noch nicht weiter gespielt. So, jetzt gehen wir echt mal speichern. So. Also, ich finde immer noch ein Prolog. Das ist eigentlich doof. So. Dann gucken wir mal. Was, es geht mit dir? Ja klar, hat er bestimmt Drehscheiße gefunden. Erstmal hinkacken, wieso kann ich nicht? Achso, ich bin schon wieder geschlicht. Äh, ja das geil ist aber, wenn er sowas sagt. Ich kann mich halt nicht mehr bewegen. Ich muss jetzt dann halt machen, was der sagt. A rufe. Guck mal in den. Ich kann ja nicht nur was anderes wählen. Ich muss halt wirklich genau. Äh, Channel 2 hat er gesagt. Jo, ich kopiere. Ja. Oh. What are you doing out here? Joining the search party. Alice, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, uh, health issues, they're not gonna be a problem. Nee, das ist nur Syphilis gewesen. Solange man nicht mit Frau herumrenne und ich muss so mein Mann stehen, ist alles in Ordnung. Also, my health issues wäre nicht so schlimm. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Tja. Okay. Well, time to get to work. Hehehe. Welche Fahrrad, Fahrrad darf schon nicht fahren, do im Wald? Weil du könntest schon, es ist wild oder so verschrecken. Aber der Hund frei rumlaufe los, natürlich. Na ja. Wo rennt er dann hin? Halt er der? Drücke, linker Button. Bullets! Na ja, dann muss er kommen, wenn ich dich rufe. Danke. So, hallo. Hast du gut gemacht. Oh. Das ist Bullets, dein Hund. der nie von deiner Seite weicht. Höre auf. Höre auf sein Bellen. Also, höre auf sein Bellen. Höre auf sein Bellen und gucke, wie das Spiel abstürzt. Holla, die Waldfee. Ich krieg die Krise. Das kann ja wohl nicht Sinn. Dann würde ich mal sagen, dann lassen wir das, ne? So, Absturz Nummer 5392. Das ist Bullets, der Hund, der nie von deiner Seite weicht. Äh, mein Hund, ja. Höre auf sein Bellen, beobachte seine Körpersprache. Er warnt sich als erstes vor Gefahren. Aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. Mit Wem am Ende Gefahr. Achso, denk dran, wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten später im Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe. Länger andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Äh, okay. Falls du Bullets aus den Augen verlierst, drücke linker Button, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schau ihn an und halte linker Button, um das Befehlsrad durchzuschalten. Such, tadeln, Haustier. Ah, bleib bei mir und halt. Äh, ja. Haustier ist übersetzt vom englischen Pet, was Haustier heißt, aber gleichzeitig, äh, streichle, gedönse halt. So. Wie, der Suchbefehl? Ne, ich will die streicheln. Geht nicht, ich muss der Suchbefehl wählen. Okay, seek. Ja, genau. Ja, lead on, buddy. Hör vor alle Dinge. Such. Ja, was? Oh, geil. Rechts rum? Okay. Was leid denn du? Holz. Was gibt's, Junge? Oh, geil, er hat wirklich was gefunden. Boah, hey, du bist voll gut, Hundi. Komm her. Nein, 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 ich will dich streicheln. Ich will dich, Haustiere. Komm her. Lass dich, Haustier. Ja, gutes Haustier. Gutes Haustier. Ich mach Schaschlik aus dir. Jetzt kann ich auch nicht schlimmer schmecken wie Witzau. So. Was ist der Hund? Hund? Alter, Hund, ich her dich doch. Wo ist der Hund hin? Ja, vielleicht... Ich geh noch weiter. Aber zuerst speicher ich. So. So. Da kann ich noch nie wissen. Ja, wir spielen da jetzt nochmal abgestetzt und holla die Waldfeder. Das Spiel ist schon ein wenig wackelig, ne? Ja. Betienen, bestätigen. Ja, aber echt. Anrufeinstellungen, Spiele... Ey, voll geile. Nachrichten. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Frau, Frau Jess, Frau Freundin. Das werde ich tun. Komm, ich tue mal die Jessi anrufe. Alter, kannst du nicht laufe beim Telefonieren oder was? Hey, Jess, uh, I got your message. Hey, I'm glad if you called. Wie geht's dann? Yeah. Not much luck so far. But hey, at least Bullets- Happy we're out of the house. Hehe. And, Jess, I, uh... Yeah? Huh? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just... Toch Parliament? 001. Yeah. Vielen Dank, Jess. Und kenne mich, wenn Dinge kräftig sind, okay? Ich werde hier sein. Wir sind hier. Ja. Alles gut, ne? Machen wir das so. Komm, du Hund ein bisschen Halt. Bleib bei mir. Mit du ein bisschen Haustiere, oder? Bist du fein, alle. Fein, alle, bist du fein, alle. Gute, fein, alle. Hundi, Hundi, Hundi. Die sind eher, als würde der Erwürge, alle. Und du, der Haut, der Hundi, Erwürge. So, was ist eigentlich? Also, das ist wahrscheinlich, also die ganze gelbe Dinger da, die sind natürlich vom Suchtrupp gemacht worden. Und die Zeichen, wo sie schon überall waren. Oh, weißt du das? Der Alexander. Noch eins, wo diese Leute wohl sind? Ja, keine Ahnung, sagen wir es doch. Also, so ist es schön. Schön, Waldspaziergang, so. Ich kenne mal den Hundi. Wo ist er schon wieder? Hundi, 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 komm mal her. Sucht. Ja, das Geile ist, sucht. Der Hund weiß doch gar nicht nur, was er suchen soll. Kann ich dem nicht irgendwie was geben? So wie, äh... Oh, was geht ab? Ich habe was gefunden, Baum. Oh, der Pipi Kaka. Der Pipi Kaka. Hat der Pipi Kaka. Was? Wie ne? Oh, geil. Hat er Packung Kippe gefunden. Bist ein guter Hund. Packung Kippe. Gibt es die ja noch in voll? Das den Leid, hunderter. Uh. Okay. Wer sammelt es auch noch in? Das ist der laufende Müllschlucker, du, der Kerl. Kann ich doch eigentlich über die Bahn drüber? Nein, ne? Doch, kann ich. Knarzt. Ah, da geht's weit weiter. Okay. Dann, google mal. Ich lauf mal du weiter auf dem Trampelpfad. Watt. Was geht ab? Was knut'n dir da rum? Hey, hey, hey. Komm mit. Hol'n, mach mal nicht so schnell. Okay. Du bist vielleicht ein dumm Frosch. Also echt jetzt? Was knut'n dir dann, wenn er durchscht hat? Kann ich ihn durchlaufen? Oh, da ruckelt's ein bisschen. Im Wasser, da ruckelt's. So. Hundi. Hundi? Wo geht man hin? Du weißt, was wir gesagt haben? Immer nur links. Immer nur links. Wieso ruckelt das jetzt eigentlich gerade wie Kuharsch? Ja, dann lassen wir's halt ruckelt wie Kuharsch. Jetzt geht's wieder. Ich hab bestimmte Hundraschuld. Das sind immer die Hunde. Kann ich sagen, was du willst, die ruckelt wie sie wolle. Ähm. Ich denke, du geh'n durchs Wasser batschen. Wer macht das nicht gern? Ich würd' halt gern hupsen können. Kann ich durchs Wasser hupsen? So. Muss ich eigentlich hin? Scheißegal eigentlich, oder wo? Es geht ab. Wieso dann? Wieso? Sascha? Äh. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht nicht gesund aus. Hund, okay, ne? Hund. Okay, Sieg. Mach da Arbeit. Ja, uff. Bäm-Art zu bellen. Oh, nee, dich. Oder war du was? Kuckuck. Ey. Hohle. Ich mach das nie mit dir. Da. Vorne Rente. Ich flitz halt einfach mal. Oh, das ist eine Höhle, oder? Ja, geil. Das ist eine Höhle. Hohl. Was holen denn? Jetzt ist... Oder man hat Hasehohle, oder? Oh, das ist die Cup, wo raufkam. Das ist eine Crows Cup. So eine B-Truf, schätze dann Bows. Aber ja, das ist die vom Foto, ne? Das ist schon gut. Hast du gut gemacht. Bist du immer noch kein Cuts, aber... Ach, Baltimore. Timo, ach so. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Ja, can you? Äh, drücke LB im Bullet an Objekt zu zeigen. Riech! Here boy. See if you can find it. Riech mal, meine Kaka! So, und ich komme, ich renne jetzt, Armo. Wo ist er? Da hinten. Weil, ähm, weiß ich nicht, wie schnell das so gehen hat. Äh. Bullet, warte auf! Bullet. Waaah! Ja. Was passiert, wo man einfach Hunde nur rennt? Äh. Ich sah es doch, die Hunde. Die, kannst du nix, ah? Äh. Okay, ich muss Bullet finden. Ja, hey, schon sieht der Wald irgendwie kacke aus. Oh, geil, es hat gespeichert. Bullet! Ich, echt mal, wenn ich mal umgucke so. Also, ich bin wahrscheinlich von, okay, von der Ovo runter. Und der ist der Aaruna? Ja, wo ist er dann? Kommen! Ah, okay, ich habe jetzt den Herzschlag. Wahrscheinlich, weil ich es zu lang... Was ist das da? Von dem Hund weg bin? Alter, Hund, komm bei. Ich krieg, ich krieg, ich krieg Puls. Was geht ab? Junge, trink mal einen Schluck Wasser, du. WTF, ey. Junge, was ist denn mit dir los? Waaah. Was war denn das? Alter, das ist ja auch gar nicht gut hier. Und ich habe mir noch so Bubloch ausgesucht zum... zum Umfalle. Ich suche mal, glaube ich mal. Ich suche mal, ob es schön druckener Platz ist, ne? Ja, gibt es kein druckener Platz? Bullet! Alter! Okay. Yep. Alter, du Kackhund, schaff dich halt bei. Ich krieg hier... Ich krieg hier Puls. Jawohl, wo bin ich denn? Tja, wo ist er denn, der Hund? Ich habe ihn nur gehert. Ah, wo ist er? Hundi. Hundi, was machst du zur Sache mit mir, hä? Ah, war echt, hey? Ja, mach das nicht mehr, gell? Hau da nicht schon wieder ab. Ich renne mich hin und hoch. Alter. Äh. Jessi ruft da. Hallo Jessi. Der heißt Alice? No, I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. Alice, maybe you should... No, I said I'm fine. Yes. Yeah. Of course you are. Ja, genau so mache ich es einmal. Ich freunde ihn ablehre und nur denke so. Scheiße, ne? Aber so macht man das halt. Weil... Weil sie Nerven wie Sau. So. Junge, Junge, mach nicht so schnell. Ich komme nicht mit dem Ruckli hinein. Ja, ja, ich tue, ne? Vielleicht doch ein bisschen die Grafik runter schrauben. Könnte ich eigentlich jetzt schon machen, ne? Nö, ich tue jetzt echt mal... Ach, komm, so schlimm wie bei Senua Sacrifice war es netter. Das war ja irgendwie witzig. Was geht ab, Junge? Ich habe was gefunden. Hm? Zeltner? Ah, okay. Und das da? Kamera! Woohoo! Amateur-Pornos! Ja, ich bin ziemlich verletzt. Aber... Ja, ich denke es funktioniert. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Alice, was du brauchst ist Hilfe. Ich meine, wirst du auch noch besser auskriegen. Okay. Ich habe es geschafft. Alice, ich kann das nicht mehr machen. Was? Was war das? Was war das? Was, ich war nicht so großartig? Ich sagte, ich liebe dich für fünf fucking Minuten? Jesus Christ, Alice. Du hörst mich selbst? Ja, ich kann mich selbst gut hören. Und ich kann sehen, wie du mich anst. Ich bin ein fuckinger Verrückter. Ich bin ein verrückter Junge für dich. Oh, hi, Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh, yeah. There it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Hm. Oh, jetzt aber, hm? Alter, krass. Guck mal, der kann... Der Fernseher kann... ...arge Ruf wäre. Come on, be a man. Walk like a man. Talk like a man. Hoppa. Hier schreift mein Vater. Ella, you got my message. You, uh... Wanted to see me, sir? Better yet. I want to introduce you to someone. Bullett? You should do my life. He's been through a lot. Just like you. What? Sir, I, I can't. Oh, geil. Hulti. Hulti. Just take the damn dog, Alice. Yes. Sir. What? Oh. Das war eine richtige Aue. Und das ist alles auf dem Videorecorder, oder? Auf dem Camcorder. Das glaube ich aber nicht. Huch. Hat er sich jetzt ein Zelt gelegt selbst oder was? Boi. Du Dödel. Oh, shit. It's black. Oh, it must have blacked out for hours. Oh, it must have blacked out for hours. It looks damaged, but relatively new. Oh, probably not something a nine-year-old could set up. Oh. Ja, ist ein gut Hund. Ich will zuerst nur speichern. Ja, es mag jetzt hier. Ich bin schon Kapitel 3. Ich habe schon das hier geredet. Nicht schlecht. Ähm. Bisschen. Antiklimatisch sehen. Was ist das? Noch ein Camcorder. Geil! Jetzt habe ich zwei. Oh. How did I end up back here? Äh. So cool. Jetzt habe ich zwei Camcorder. Kann ich mich selber filmen beim Filmen? Da ist ein Tape drin. Können wir sehen, was da drin ist. Mhm. Mit Hilfe der rohne Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmoment um den Status und die Position zu enden. Versuche den richtigen Moment zu finden. Pausiere das Video. Was? Manomu. Äh. Linker Trigger. Oh fuck. Stopp. Und was mache ich jetzt? Da ist das Ding ins Wasser gehabt hat. Krasser Scheiß. Mannomo. Ja. Das ist geil. Oh, das ist ein Polizeiauto. Juhu. Juhu. Ich muss sowas von in der Hand klatschen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist wahrscheinlich Peter's. Vielleicht kann der Bullet einen Cent holen. Uff. Uff. Ataff. Bullet. Riech. Willst du mal riechen, mal riechen? Good boy. Now, you do great on the forest, if you want so stubborn. So. Schlapp da hin. Okay. Ich geh mal. Ich finde es halt krass, ähm, dass ich für ein Prolog, ich hab hier gespeichert öfters, und dann Prolog, 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 und dann hier Kapitel 3. Das ist so. Das ist ja wie ein Blair Witch hier. Da bin ich auf Emu sechs Stunden unterwegs gewesen und nichts davon mitgekommen. So. So. So hätt'n der sich jetzt auch, als hätte er Hufe. So hätt'n der sich jetzt auch, als hätte er Hufe. So hätt'n der sich jetzt Reh oder was. Das geht ab. Ich muss doch nicht herkommen. Nein, wir sind lieber, äh, Anri, Holz, Brick drüber. Was ist das, boy? Was ist das? Was ist das? Alter. Da ist. Da ist. Ah, guck mal da. Iiii. Das ist das komische Holzding da. Was ist da drin? Ja, komm, ich mach's besser kaputt. Easy, oh. Da ist die Olga. 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 Hey Junge, bleib stehen, bleib stehen, wo bist du hin? Da vorne. Hey, das Halsband ist voll fluoreszierend, ist es da. Voll geil. So, ich muss mal da gucken, ich, also aufm, aufm Kontrollmonitor sieht das alles ein wenig dunkel aus. Ich tu mal gleich gucken. Ich werde es dann eventuell ein bisschen heller machen. Also, ich sehe schon grundsätzlich ein bisschen mehr wie nur die Taschelamp. Taschelamp. Äh, mal gucken, dass man da, fass ich ja wie die Pecht, wenn es so dunkel innen gestellt ist. Und dann sehe ich ja halt nix. Unglaublich, wenn es so dunkel ist, dann sehe ich ja nix. So. Alter, das hat mir kacke ausgesiedet, ja weil. Wie du da runtergestürzt bist. Äh. Haballah. Hu! Ha! Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. Also. Moment, Moment, Moment. Help us, we need to be here at the next place. We should pull it. Hey. Bates to Ellis, come in. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First to get and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this god damn forest. Where the hell are you? Ah, we went down a ravine and headed north up to an old camp site. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peters Cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis. Stop playing a hero. Just sit your ass down, till we find you. Hey, du hattest halt recht. Emmett, just find the campsite and head north. I look for a landmark. Something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Undi. Undi. Oh, okay. So stress, gell. Bleib mal kurz stehen. Warte mal, warte, 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 warte. Guck mal her. Ah, da kommt der gerannt. Guck. Guck mal her. Bist ja gut, elle. Krieg mal was zu essen. Hast ja vorher nix gett. Hast ja mal Spielabstätze gelost. Bist ja gut, elle. Fahrer Hund. Fahrer Hund ist schon in Ordnung. So. Jetzt darfst du aber ruhig ein bisschen... Ich hab's schon erwähnt. Bist geh doch schon wieder sauf, du Kerl. Was ist denn das du alles? Steh. Und? 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 Renn doch nicht dauernd weg. Hey, buddy. What's wrong? Alter. Sag mal, läuft so einer rum? Waaah. Was? Das Spannende ist wieder so. Kackding. Sack. Gleich kaputt gemacht. Was ist das da, du? Oh, der steht auch in der Ecke und guckt an die Wand. Okay. Das ist nicht gut. So, ich will jetzt auch gucken, dass wir da den Next bei der Next Speicherung... Gut, 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 da ist er wieder. Ähm, ein paar Häuschen machen. Schlüschen. Und die Next Speicherung wäre hier. Ich tue trotzdem doppelt speichere quasi. Kapitel 4, der weiße Baum. Okay. So. Dann würde ich nämlich jetzt das Saar. Ihr Leid, Ihr Kinder. Dann mache ich hier Schluss.